Hallo Leute, herzlich willkommen auf Signal Stunnel Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Among Us. Und ja, wie ihr hier schon an den Dingens erkennen könnt, spielen wir Among Us. Habe ich das gerade schon gesagt? Leute, ja, ich würde sagen, wir legen los. So, los geht's. Wir starten in der Runde. Ich weiß gar nicht, ob es Ingenieur und sowas gibt. Ich hoffe nicht. Wir gucken mal. Was sind wir? Besatzung. Ich glaube nicht, dass man Ingenieur sein kann. Ah, doch, könnte man, glaube ich. Aber bin ich nicht. So, wir haben hier anscheinend Aufgaben und müssen hier sogar direkt das TNA sauber machen. Und gucken mal. Ah, in Admin müssen wir rein. So. Hier ist, glaube ich, irgendeine Kaderaufgabe. So. Link und Gelb. So. Das ist scheiße, dass die immer alle verlassen. Jetzt sind wir nur noch 14 Leute. So. Wir machen hier auf jeden Fall schnell unsere Aufgaben. So. Jetzt habe ich wieder eine Admin-Aufgabe. Hm, nein. Gut, wir gehen mal in Electro. In Electric. Boah, ist eh. Hier ist auch eine Party. Zack. Ab nach. Ich gehe jetzt einmal aus und rum, dann wollen die hier die ganze Zeit immer herlaufen. Man muss hier sagen, hier ist tatsächlich niemand. Bam. Aufgabe erledigt. Kill passiert hier irgendwie auch nicht. Hm. Boah, das Spiel ist echt laut, ne? Auf der Sekunde genau hat er das gemacht. Meine Güte. 4 Sekunden. In einer Sekunde hat er das gemacht. Aber bitte jetzt nicht, wenn jetzt hier einer reinkommt. Ich will bitte. Danke. So. Gut, wir sind anscheinend direkt gestorben. Das freut uns natürlich nicht. Bam. In dem Fall haben wir jetzt unsere Aufgaben erledigt. Bam. So. Schauen wir doch mal, ob wir hier gewinnen könnten. Der Gelbe ist, glaube ich, von wem wurde ich jetzt gekillt? Ich habe keine Ahnung. Ah, Notfallmeeting. Ja, ich wurde umgebracht. Schreiben die hier irgendwas im Chat. Übrigens, das ist ein Englischer selber, weil ich habe einfach keine Freunde, um Among Us zu spielen. Ja, das ist halt einfach die Wahrheit. Wäre geiler tatsächlich, wenn man Freunde hätte, die Among Us spielen könnten. Aber die habe ich nicht. Die habe ich nicht. So. Gut, warten wir mal die drei Sekunden. Wenn die Dings jetzt hier lange dauert. Ah, ne, 30 Sekunden. Okay. Also, ich frage mich auch ehrlich, wer das sein könnte. Wer, wer? Oder er hat zweimal wer gefragt. Oder? Schon wieder er. Okay, noch fünf Sekunden. Bam. Bam. Oh. Ah. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Keine raus. Unentschieden. Das sehe ich selbst. Na gut. Es leben noch... Ah. Es leben eigentlich noch ganz viele tatsächlich. Hier ist ein pinker Mensch. Hier ist ein grüner. Ah, hier ist der weiße. Ich weiß nicht, von wem ich gekillt wurde. Ich glaube, von den gelben tatsächlich. Oder ne, von dem hier könnte auch möglich sein. Wobei, er guckt jetzt in den Camps. Wo ist denn der gelbe eigentlich hin? Hm. Hm. Okay. Keine Ahnung. Okay, es ist tatsächlich wieder ein Meeting. Dann schauen wir doch mal, was passiert. So, wir haben den... Wen haben die gevotet? Oh, den Reporter. Ich glaube, das ist sogar falsch. Wir sehen's. Ja. Alles klar. Ja. Es geht weiter mit der nächsten Runde. Mal gucken, ob wir diesmal... ...klar werden. Und nein, werden wir nicht. Das ist doch schade. Egal. Oh, wir haben direkt hier oben eine Aufgabe. Download. Oh, noch direkt. Das ist doch Mist. 56. Bitte käme ich nicht. Bitte. Flieh... 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 Fliehase. Danke. Danke, dass du mich nicht gekillt hast. Ah, die Kamera ist noch ein bisschen gut. Boah, ja. Ich glaube, das ist sogar noch... ... Ja. Wo? Diesmal nicht als Erste sind ich. Wo? Wo, wo, wo? Nein, Frage. Hier. Das ist so behindert. Ich denke mal an den blauen hier. Ja, tatsächlich haben zwei den blauen geweht. Ja, man weiß ja nicht, ob es ein Selfie-Bord ist, ne? Okay, ein weiterer Verräter treibt sein Unwesen. Wir müssen in Waffen. Ich hoffe, dass es weiß ist. Aber bin mir nicht ganz so sicher. So. In Lager haben wir eine Aufgabe. Gut. Blau, Gelb, Pink. So. Navigation. Da müssen wir mal hin. So. So. Was habe ich gesagt? Das ist der Weiße. Ich habe es gesagt. Der hätte schon wieder gekillt, ey. Mann, Mann, Mann. Egal, kann man nichts machen. Außer die Aufgaben, die kann man machen. Ah, das war gar nicht weiß. Aha. Das war der hier, der gerade reportet hat. Oder der ist so ein kleiner, ne? So ein kleiner ist der. Oh, perfekt. Niemand. Niemand. Kann ich jetzt bitte die Aufgabe erledigen? Danke. Können wir jetzt mal ein Nebelober? Was ist das denn hier? Ah, das hier ist der Verräter. Ne, wer ist jetzt der Verräter von denen? Der hier, okay. Ja, der Verräter wird auf jeden Fall gewinnen. Grüner, geh doch da rein. Bitte, geh da rein. Bitte. Du hast gesehen, wer da drin war. Oh, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Nein, der macht diese kackelange Aufgabe. Das heißt, er findet die jetzt nicht, ne? Blauer. Geh. Geh rechts. Geh rechts. Die sind alle zu blöd. Vielleicht geht er jetzt da rein. Nein, er läuft auch außen. Ja? Ja. Na. Lauf bitte da rein. Danke. Danke. Wie Portal. Boah. Puh. So, jetzt müsste er rein theoretisch wissen, dass der Schwarze hier der hier der Verräter ist. Oder hör auf, so blöd zu fragen. Bitte, 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 bitte. Nein. Ihr seid so behinderte Menschen in diesem Spiel. Ja, Brut. Jetzt hat er gewonnen. Jetzt hat er gut. Ihr seid jetzt tot, ne? So. Ja. Wird bitte schwarz jetzt. Bitte. Hör auf, zu blöd zu fragen, du blöder Verräter, Junge. Bitte wähle den. Bitte. Ja. Danke. Wählt den. Danke, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Oh, yeah. Am, Junge. Am. Nice. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Abonnenten, einen Kommentar da. Schaut aus dem auf meinen Discord-Server. Wobei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert der Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, heute euer Sandow. Ciao, ciao. Ciao.